Die Herbstmesse hier in Altsfeld, die Vogelsberger Herbstmesse oder wie sie heißt, Erlebnisherbstmesse, ist eine Schau, in der der ländliche Raum, auch wie wir im Vogelsberg, zeigen können, was wirklich in uns steckt. Hier zeigen wir, dass wir eben keine abgehängte Region sind, sondern dass die Betriebe, dass die Dienstleister wirklich mit innovativen Produkten und Dienstleistungen genau am Puls der Zeit sind und eigentlich weit über die Region hinaus, vor allem auch Richtung Rhein-Main-Gebiet, mit ihren Waren und Dienstleistungen ausstrahlen. Und dass das gut ist und dass das auch Zuspruch findet, zeigt diese Messe mit einem guten Besuch und darauf bin ich sehr stolz. Mein Name ist Rubel Borges, die Altsfelder Herbstmesse ist ein sehr angenehmer Publikumsmagnet. Wir gehen regelmäßig und gerne hierher, trifft immer wieder mal bekannte Neuigkeiten aus der Handwerker-Szene. Und schöne Sache findet man natürlich auch immer. Also wie gesagt, wir sind eigentlich gerne hier in Altsfeld. Wann seid ihr heute Morgen hergekommen? War eigentlich recht spät. Ja. Also morgens war das schon eher, das war eigentlich schon eher so die mittagste Zeit, so gehe ich um fünf nach zwei, halb drei war es schon. Gibt es irgendein bestimmtes Ziel, wo du gesagt hast, das müssen wir unbedingt uns anschauen? Ja, also jetzt ganz neu fand ich jetzt, das heißt ganz neu jetzt hier die Halle 4, jetzt wo wir uns jetzt gerade befinden haben, mit dem Schnäppchenmarkt. Was meine Frau jetzt interessant und wollte ich halt auch mal genießen. Was meine Frau jetzt interessant ist, das ist ja auch mal genießen. Vielen Dank.